Heute geht es um die Alien-Artefakte von Woche 5 Wir fangen direkt ruckzuck an und zwar das erste ist in Misty Meadows bei diesem Uhrenturm hier Ich kann es jetzt ein bisschen mal genauer zeigen und zwar genau da oben, wirklich ganz oben Danach haben wir eins in Retail Row, sorry Und zwar in genau diesem Bereich, dazu kommen wir später nochmal Ich zeige alle nochmal gleich ganz genau im Wiederholungsmodus Das dritte ist in Believer Beach, das vierte ist in Pleasant Park Und das letzte ist in dieser Location, ich weiß nicht wie ich das nennen soll Aber hier bei diesen Bäumen oder Büschen Wie gesagt, ich werde das nochmal im Wiederholungsmodus genauer zeigen Ansonsten danke fürs Einschalten, viel Spaß damit Oder viel Spaß beim Einsammeln und bis zum nächsten Mal, haut rein Wir wollen die Wie geht es um das rein Leauge Vielen Dank.